Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserem Studio-Blog. Oder auch dem Watchout-Blog oder dem Watchout-Studio oder dem Watchout-Willkommen. Wir sind bei Sorders Records, beim guten Chris. Den sieht man jetzt nicht. Der müsste nur hier hinten sitzen, das ist eigentlich seine Arbeitsstelle. Und zwar hat er die Couch, weil da liegt ja immer nur rum und arbeitet nicht richtig. Christoph Wietzurek, allen glaube ich allseits bekannt von der wunderbaren Band NSOK. Und er hat hier sein Studio in Halle und dort nehmen wir unser neues Album rein. Das aktuelle Album, an dem wir arbeiten, wird auf jeden Fall das aufwendigste, weil jeder von uns am meisten Zeit reingesteckt hat und Mühen. Seit ungefähr zwei Jahren arbeiten wir schon an diesem Album. Wir haben uns dieses Mal mehr Zeit genommen als sonst, haben eine ganz lange Songwriting- und Vorproduktionsphase gehabt. Das haben wir so auch noch nicht, glaube ich, gemacht. So mit den zwei Wochen Studio-Zeit nehmen. Das ist mal jetzt eine neue Erfahrung. Aber man muss sagen, das wird sich lohnen. Es ist ständig um die 30 Grad und wir schwitzen uns anab. Ja, also in der Songwriting-Phase habe ich wie immer viel Radio gehört. Ich habe mir alle Alben von Ariane Grande gekauft und habe in letzter Zeit Billie Eilish für mich entdeckt. Und wer auf solchen Musik steht, der wird feststellen, dass unser neues Album damit wieder mal gar nichts zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Wir werden euch hier in diesem Studio-Blog ein bisschen zeigen, was wir so gemacht haben, was wir so erlebt haben in unseren zwei Wochen hier. Ansonsten werden wir uns ganz viel Mühe geben, euch was Cooles abzuliefern. Wir freuen uns total drauf. Wir hoffen, dass euch das gefällt und dass ihr euch richtig zuschlagt. Und im besten Fall sehen wir uns bei unseren beiden Album-Release-Shows Ende des Jahres im Tower. Am 20. und am 21. im Tower in Bremen stellen wir euch zum ersten Mal die neue Platte dann vor. Und darauf freuen wir uns schon ganz besonders. In dem Sinne, bis dahin. Ich muss mal kurz zu Andi filmen. Der ist da hinten irgendwo. Achso, Andi, das Bild. Ja, da. Ja, ja, da ist er.